Hi zusammen, herzlich willkommen auf dem Natur- und Fototechnik-Kanal Amazing Nature Alpha. Heute erlebt ihr was ganz, ganz Außergewöhnliches. Und zwar nehmen wir mit einem ganz normalen Stativ und einem ganz normalen Objektiv und einer Kamera Deep Sky Objekte im Himmel auf. Das sind diese bunten Gaswolken, die ihr vielleicht auf irgendwelchen Astrofotos schon mal gesehen habt und euch gewundert habt, wie man das eigentlich selber machen kann. Und ich zeige euch heute den Weg ohne eine Nachführung. Wir machen das einfach so vom Stativ und ich zeige euch, wie ihr das ganz einfach mit simplen Mitteln nachmachen könnt. Und in einem Teil 2, der danach noch kommt, zeige ich euch, wie ihr das professionalisieren könnt mit einer Nachführung. Aber heute soll es wirklich nur um unser 600er hier gehen, unser 200, 600. Das könnt ihr natürlich auch mit einem Canon 100, 500, Tamron 150, 500 und wie sie nicht alle heißen, genauso nachmachen. Also wir brauchen hier ein ganz normales Teleobjektiv, eine ganz normale Kamera und ein Stativ und ich zeige euch, wie ihr das machen könnt. Los geht's! Wie ist das überhaupt möglich, Deep Sky Objekte, die wir nicht mal mit bloßem Auge richtig sehen können, so zu fotografieren? Ja, das ist Teil des Videos, deswegen hast du ja reingeschaut. Aber wir machen das ganz simpel. Wir richten das Deep Sky Objekt ein. Wie wir das machen, zeige ich dir gleich noch. Und dann machen wir einfach mit einer unmenschlich hohen ISO Einzelbilder. Und die stecken wir später in einer kostenlosen Software zusammen. Das geht auch ganz, ganz einfach. Das sind ein paar Klicks, die wir da machen müssen. Und dann wird dieses extrem hohe ISO-Rauschbild zu einem rauschfreien Bild zusammengesteckt. Und dann haben wir ein Tiff, das wir dann noch ein bisschen verfeinern können. Das ist schon der ganze Trick dabei. Also das heißt, wir haben hier 600 Millimeter. Ihr könnt natürlich aber auch einfach einen 70-200 nehmen, wenn ihr nur 200 Millimeter habt. Da habe ich auch schon den Lagunennebel hier in der Milchstraße ganz, ganz schön fotografiert. Ich bin ja hier gerade auf La Palma. Wir haben hier den Astro-Workshop eben gehabt. Und ja, da habe ich gedacht, bietet sich das natürlich an, das gleich nochmal in ein Video zu machen. Wir machen natürlich Milchstraßenfotos, aber wir machen auch ein paar Deep Sky Fotos. Natürlich ohne spezielle Teleskope, sondern einfach so, wie wir Fotografen halt ticken mit der Ausrüstung, die wir sowieso schon haben. Okay, das heißt eigentlich, ihr müsst nur wissen, ab wann werden eigentlich Sterne zu Striche. Und da würde ich euch einfach die 300er-Regel ans Herz legen. Also 300 geteilt durch Brennweite. Und bei 600 kommt da eine 0,5 raus. Das heißt, die längste Zeit, bevor die Sterne zu Striche werden, wären bei 600 Millimeter 0,5 Sekunden. Ich gebe es zu, ich cheate da immer so ein bisschen. Ich mache meistens so eine oder eineinhalb Sekunden, weil ich sage, mir ist das egal. Wenn die Sterne hier so ein bisschen länglicher werden, Hauptsache ich habe sehr viel Licht im Nebel. Aber das könnt ihr ganz nach Geschmack dann selber machen. Ja, dann gehe ich auf die offenste Blende, die ich habe, haue eine ISO 40.000 rein. Das geht natürlich auch mit 25.600. Und dann mache ich 40, 80 oder 100, 200 Bilder. Da könnt ihr so viel machen, wie ihr wollt. Es ist natürlich so, dass dieses Objekt uns dann auch irgendwann durch die Bewegung hier aus dem Objektiv rausläuft. Das heißt, da seid ihr so ein bisschen limitiert. Ich mache da meistens zwischen 40 und 80 Fotos, je nachdem, wie lang hier die Verschlusszeit ist. Ja, und dann zeige ich euch jetzt, wie ihr diesen Nebel überhaupt findet. Jetzt interessiert euch natürlich, wie ihr diese Deep Sky Objekte am Himmel überhaupt ausfindig macht. Denn mit bloßem Auge sind die ja nicht zu erkennen. Und das ist richtig. Aber wir haben super kostenlose Hilfsmittel dazu, die uns hier weiterhelfen. Zum Beispiel das herausragende Programm Stellarium, das jeder von euch einmal kaufen sollte, hätte ich fast gesagt. Dass jeder einmal runterladen sollte, dann ist es kostenlos. Und das gibt es übrigens auch für das Smartphone. Und dort müsst ihr allerdings 19,99 zahlen, wenn ihr die Deep Sky Objekte wollt. Aber ansonsten könnt ihr die ganz normal auch am Rechner vorher planen, wenn ihr dieses Geld nicht ausgeben wollt. Ja, hier können wir natürlich erstmal Datum, Uhrzeit einstellen und planen, wann wir die Milchstraße im Himmel sehen. Damit wir sie besser sehen, schalte ich jetzt mal die Atmosphäre ab. Und dann gibt es hier die schöne Funktion Deep Sky Objekte. Die kann ich mir anzeigen lassen. Und ihr seht, hier gibt es jede Menge am Himmel. Und ja, wenn ich jetzt hier reingehe, da steht schon Omega Nebel, ja, dann ist das der hier drüben. Das ist auch der Hufeisen Nebel genannt, ja. Da ist einer drin in der Milchstraße. Da oben ist der Adlernebel und dort unten ist der Lagunennebel und da oben die beiden Trifidnebel. Das kann man auch anklicken. Hier steht dann auch Trifidnebel und sonstige Informationen sind hier alle aufgelistet. Und hier ist eben der Lagunennebel. Und das ist so das, was man am ehesten und am hellsten sieht in der Milchstraße, hier nördlich des Äquators. Hier zum Beispiel rechts sind noch weitere Nebel, der Hummernebel. Und wie der rechts heißt, das weiß ich schon gar nicht. Steht jetzt aber auch nicht dabei. Da klicke ich mal hier. Katzenfotennebel, na klar, den habe ich auch schon mal gehört. So, also hier gibt es jede Menge Nebel in der Milchstraße. Aber wie kriegt ihr die denn jetzt? Also einmal natürlich mit so einem Tool. Da wisst ihr schon in etwa, wo trefft ihr die denn am Himmel an. Das ist schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, den ich immer empfehle, macht erstmal ein weitwinkeliges Foto von der Milchstraße. Und dort erkennt ihr schon, wenn ihr reinzoomt, wie zum Beispiel hier, das war noch zur blauen Stunde, deswegen ist der Vordergrund noch so schön hell. Aber dort kann ich euch mit bloßem Auge schon sagen, wo der Lagunennebel ist, nämlich genau hier. Den seht ihr nämlich schon als hellen Punkt. Und das seht ihr auch schon mit bloßem Auge, wenn der Himmel klar ist. Und hier seht ihr natürlich sehr matschig und verpixelt. Das ist der Lagunennebel, da drüber sind die Trifidnebel. Und ihr seht aber auch weitere Nebel. Hier rechts, das wäre dann wahrscheinlich der Hummernebel. Und irgendwo rechts davon wäre dann der Katzenpfoten. Und hier links, das kann man auch schon erkennen, das ist der Omega Nebel. Und hier der Adlernebel. Also die erkennt man schon mit bloßem Auge. Vor allem natürlich, wenn ihr mit einer ISO, macht mal eine ISO 5000 von mir aus, Blende auf und macht mal 20 Sekunden Foto. Und dann seht ihr schon, wenn ihr da in die Fokuslupe geht, die einzelnen Nebel. So und dann steigert ihr euch mit der Brennweite. Dann macht ihr vielleicht euer 70-200 drauf und versucht mit 70 Millimeter diesen Ausschnitt erstmal grob zu finden. Wenn ihr ihn habt, stellt ihn schön mittig und dann könnt ihr natürlich auf die 200 Millimeter gehen. Genauso funktioniert das mit einem 200-600 zum Beispiel. Oder mit einem 100-500 oder 150-500, wie sie nicht alle heißen. Das heißt, ich versuche erstmal bei 200 Millimeter grob diesen Ausschnitt zu finden. Das ist schon etwas schwieriger. Aber es gibt übrigens da von Olympus auch so einen tollen Sucher. Den hat der Winfried mir empfohlen, der hier auch im Astro-Workshop teilgenommen hat. Und zwar ist er auch super, um Vögel zu fotografieren. Denn der hat so ein rotes Fadenkreuz drin. Und wenn ihr den auf den Blitzschuh schiebt, dann könnt ihr mithilfe von diesem Fadenkreuz schon sehr gut einen Punkt am Himmel bestimmen. Und wenn ihr wisst, wo der Lagunennebel ist, weil er so hell ist, den sieht man auch bei klarem Himmel schon mit bloßem Auge. Dann könnt ihr dort euer Fadenkreuz positionieren und dann stimmt auch eure Brennweite. Ich habe das aber auch bisher immer ohne dieses Fadenkreuz geschafft. Übrigens, diesen Olympus-Sucher kann ich euch unten ja mal verlinken. Wer daran interessiert ist, kostet glaube ich 120 Euro und ist aber auch sehr krass, um eben fliegende Vögel zu fotografieren. Aber hier eben, ich mache das immer so, ich taste mich erstmal mit 200 ran. Und wenn ich ihn dann gefunden habe, schön mittig festschrauben das Objektiv. Und dann macht ihr natürlich erstmal eine schlechte Belichtung mit 40.000er ISO. Und macht man ruhig 10 Sekunden, ist ja egal, ob die Sterne verwischen, aber es geht erstmal darum zu sehen, habe ich ihn überhaupt gefunden. Und wenn ihr auf eurem Display dann ein positives Feedback bekommt, dann wisst ihr natürlich auch, aha, da ist er. Und dann könnt ihr auf die 600 Millimeter gehen. Okay, ich zeige euch jetzt mal am Beispiel vom Schlüssellochnebel in Namibia, den ich genauso aufgenommen habe. Das könnt ihr aber auch natürlich in Deutschland genauso machen mit anderen Deep Sky Objekten. Aber der Schlüsselloch ist halt nur südlich zu sehen. Den habe ich genauso aufgenommen. Einfach auf dem Stativ mit einem 600 Millimeter Objektiv, mit einer Blende 6.3, zweieinhalb Sekunden belichtet. Okay, ich gebe es zu. Also dann werden ja die Sterne schon leicht zu strichen. Das könnt ihr hier sehen, wenn ihr da mal guckt, so ein bisschen geladen werden. Dann seht ihr, dass die Sterne schon ein bisschen eierförmig sind. Wir haben auch natürlich hier mit der ISO 40.000 ein ordentliches Rauschen drin. Aber das macht überhaupt nichts, denn das Rauschen, das kriegen wir dann jetzt gleich in den Griff. Ihr seht, ich habe eine ganz normale Bearbeitung gemacht. Ich bin mal mit der Helligkeit ein bisschen hochgegangen, habe Weiß ein bisschen angehoben. Und ich nehme die Klarheit ins Minus, denn das verstärkt nochmal den Nebel. So, das wäre im Großen und Ganzen alles. Wichtig ist jetzt aber, dass ihr diese Bearbeitung auf alle diese Objekte synchronisiert. Also hier Einstellung synchronisieren, alles anhaken, synchronisieren. Und zwar ersetzen, weil ich es ja schon mal gemacht habe. Denn auch die Darkframes übrigens sollten diese Einstellung bekommen, damit dieses Rauschen dann identisch ist. Wenn ihr das habt, dann markiert ihr wieder alle, geht auf Exportieren und exportiert ein 16-Bit TIFF. Das mache ich hier so. Ich mache einen neuen Unterordner, schreibe TIFF Video. Dann sage ich hier unten statt JPEG ein TIFF, 16-Bit. Und dann habe ich hier noch eine Begrenzung der Pixel drin. Das wollen wir nicht und wir schärfen es auch nicht. Also so exportiere ich jetzt diese 48 Files. So, wenn wir das haben, öffnen wir die Bilder in Sequator. Das heißt, wir arbeiten ganz normal einfach von oben nach unten. Sequator ist ein Programm, das müsst ihr nicht mal installieren. Das ladet ihr euch einfach runter und bei Doppelklick wird das einfach geöffnet. Boom, fertig, aus und los kann es gehen. Dann können wir hier mit Doppelklick die Sternenbilder reinladen. Dort auf jeden Fall aufpassen, dass ihr die Darkframes erstmal in Ruhe lasst. Das sind jetzt hier 40 Files. Und er fragt euch jetzt, welches dieser Bilder soll das Basis-Image sein. Und weil der Nebel ja durchs Bild gewandert ist, würde ich jetzt ein Basis-Bild nehmen, wo der Nebel in der Mitte ist. Dann möchte er hier einfach wieder Doppelklick auf Noise-Image. Jetzt möchte er die Darkframes haben. Die markieren wir ihm auch. Diese acht Stück, die ich da gemacht habe, die rechnen uns dann das Rauschen perfekt raus. Dann könnten wir jetzt noch Vignetten-Images machen. Die habe ich gar nicht. Und dann können wir hier noch einen Output-Namen festlegen. Ha, 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 schreiben wir jetzt da einfach mal rein. Speichern. So heißt unser fertiges Bild. Und das landet dort dann auch im Ordner. Jetzt müssen wir einfach hier auf Align Stars Komposition klicken. Wir möchten keine Trails. Wir möchten sie ausgerichtet haben. Also Align Stars. Und wir könnten jetzt hier sogar noch auswählen, dass er Flugzeuge oder Satelliten beseitigt. Ich lasse das jetzt einfach mal hier auf dem Accumulation. Und dann könnten wir ihm jetzt noch eine Sky-Region vorgeben. Die brauchen wir gar nicht. Ich würde euch empfehlen, geht noch auf Auto Brightness On. Denn dann werden die überbelichteten Stellen selbstständig erkannt und ausgeglichen. Denn wenn wir jetzt 40 Bilder übereinander legen, werden die hellen Stellen immer heller. Wir wollen uns aber da die Details bewahren. Also empfehle ich euch, macht hier Auto Brightness On. Und das war es schon. Jetzt gehen wir auf Start. Unser Equator schmeißt uns jetzt ein fertiges, rauschfreies TIF raus. So, wenn wir jetzt auf Bestätigen gehen, dann sehen wir schon die Vorschau von unserem TIF-File. Und das sieht schon sehr beeindruckend aus. Es ist sehr rauschfrei geworden. Natürlich sehe ich aber auch, dass es so leicht unscharf geworden ist, weil ich zu lange belichtet habe. Also macht ihr einfach mehr Bilder. Macht ihr 120 Bilder mit einer Sekunde. Dann habt ihr auch runde Sterne. Aber ich habe halt dafür den Luxus gehabt, dass ich mehr Licht eingefangen habe. So, und wenn wir jetzt dann mal anschauen. Ich habe jetzt hier eine ganz normale Standardbearbeitung gemacht. Das ist hier das fertige Foto von Equator bearbeitet. Ich habe jetzt hier halt einfach nochmal die Nebel so ein bisschen nachgemalt, in der Helligkeit rausgearbeitet. Und dann hier mehr Kontrast beigefügt. Das ist jetzt hier aber schon ein wieder neu geöffnetes Bild. Deswegen seht ihr die Bearbeitungsschritte jetzt hier nicht. Aber das soll jetzt nicht das Problem sein. Ihr bekommt jetzt jedenfalls ein sehr rauschfreies Ergebnis raus. Und das könnt ihr dann hier ganz normal weiter bearbeiten. Ihr könnt Lichtertiefen anpassen. Ihr könnt Klarheit anpassen. Und ich empfehle euch, weil wir keine astromodifizierte Kamera haben, wäre dieser Nebel jetzt eigentlich schwerpunktmäßig rot. Und ihr könnt natürlich hier dann über die HSL-Regler das Rot, also das Lila, so ein bisschen wieder in Rot kippen lassen. Sodass es wenigstens den Anschein hat, als hättet ihr so eine ähnlich astromodifizierte Kamera gehabt. Aber daran kommt es natürlich nicht. Wenn ihr eine astromodifizierte Kamera euch holen wollt, dann könnt ihr das einfach googeln. Da könnt ihr einfach eine normale gebrauchte Kamera kaufen. Zum Beispiel die A7R III ist da sehr stark mit 42 Megapixeln gebraucht. Einfach holen und dann einem Astro-Shop schicken, die hier eben über Google zu suchen sind. Und die machen euch dann da eben einen Hochpassfilter raus und dann habt ihr eine astromodifizierte Kamera. Das ist aber nochmal ein extra Thema für sich. Wir haben jetzt hier keine astromodifizierte Kamera gehabt. Und trotzdem räumt dieses Bild auf Instagram immer die Likes ab. Mir hat es gefallen, euch das mal so zu zeigen, wie wir mit einfachen Mitteln so ein Bild machen können. Also einfach nur mit Stacking, indem wir viele Bilder machen. Und ja, macht es mal gerne nach. Gerade auch im Winter ist ja zum Beispiel in Deutschland der Orion-Nebel sehr gut sichtbar. Und ja, ihr seht ja, wie leicht das geht. Danke fürs Zuschauen, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Euch noch eine schöne Zeit und bis bald mal wieder. Tschüss! 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 Tschüss!